Willkommen zurück. Hallo. Polizistat. Wie fahren? Jupp, hier sind wieder viele böse Leute. Weil ich gerade gesehen habe, dass du 50 Kilometer entfernt bist. Frei frei. Hm. Viele Hitze hier grob. Ja, Bunny kommt. Cool. Ich habe so ein bisschen Angst vor der nächsten Passage. Du hast gerade auf Bunny geschossen. Ja, weil er aus der Richtung kam. Schiss. Ach, von da oben? Okay. Der war ja unschuldig. Ich habe noch 10 Leben. Wartung. Überlebt ihr Fellis. Von da unten hier schon wieder. Lass mich doch mal durch, so kann ich dir nicht helfen. Ja, aber von der Seite kommen auch Schüsse. Ich meinte die Frau da. Die hat mich die ganze Zeit geblockt. Das war ein Opfer doch. Wie im Film. Wie im Film. Ich wurde wie im Film in den Rücken abgeschossen. Und dann flog ich von nach vorne hin. Lauft. Lauft. Geht ohne mich. Lauft. Geht ohne mich. Das ist ein Spiel für uns. Mhm. Ich sage einfach nur, das ist das große Finale von EP1. Was schon direkt mit dem Bloom-Effekt beginnt hier. Kommt ihr auch mit? Nö. Los Barney. Dich lassen sie in Ruhe. Wir beide lenken sie ab, während du die anderen von hier weg bringst. Danach suchen wir uns an einen anderen Zug. Na okay. Aber mach bitte schnell, ja? Räumen wir jetzt dieses Gleis frei. Nein, ich bin mit. Ich fahr damit. Hier lang Leute. Tja, da geht er dahin. Ich fange mit dem nächsten Zug an. Die Zeit drängt. Verdammt! Raus her! Komm bei! Mann, das ist doch nicht runter. Man muss das runter. Danke. Ich stirb. Genau deswegen. Ja. War ich das runter! Danke! Der stirb. Ich überlebe sonst nichts. Danke Danke Ah shit, das Ding ist aufgegangen Nicht gut Okay Das Leben kriegst du ja wieder, was du verloren hast Ja immerhin Zumindest von denen, da darfst du die noch nicht treffen, das ist Oh shit Np No problem Oh oh Wie oh oh Na komm ein oder was Oh Jetzt sehe ich fast nicht schlimm Wir können ihn aufschalten da oder Achso nicht Was meinst du mit dem einen? Strider? Strider kannst du ja nicht mit 3 kalten Den zumindest nicht Ja Hinter dir, genau Oh shit, da höre ich schon wieder Leute Das ist ja nicht das Problem Das ist das Problem Das ist das Problem Wenn man da ne Das war so dunkel da Tjo So Das macht man nicht alles für den Bild Ey Okay Toll Oh 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 Jetzt haben wir beide da Hundertumalte bekannt Ja Oh So Hähnen wir gleich die laufen oder ducken? Ja Hit Super, ich bin ganz unten Äh, mich zerquetsche da hier so langsam Ja Ich kann nicht helfen Ich muss den ganzen Weg nochmal hoch retten Äh, wo war denn das? Ah, hier Boah Der spinnt das regelrecht Haha, der hat's doch noch geschafft, scheiße Da waren nämlich noch 2 Tonnen, die mich gerettet haben Achso Fuck ey Das ist einfach nur Wahnsinn hier Wie einfach nur meine Teile habe ich vorbeigezogen Das ist stimmt ey, das sah so geil aus Oh man ey Haha Alter Das ist doch auch gemein Ja Ich habe ja auch nur die, äh Was ganz anderes im Blick gehabt Achtung Min Weg Was Was, der kann er durchschießen? Achso, ne, ist so Bleib nach oben Okay, ich bleib mal hier So, der ist bei Beschuss die Leiter da hoch ey Äh, das macht man noch ein bisschen wenn einer unten steht oder beide gleichzeitig Ah, ich habe noch 54 Leben Warte mal Geh, oh, toll, jetzt hast du wieder weniger Leben Ah, mein Haus, wer hat mein Bein? Duck dich nicht, du Arsch Oh Ich dachte, der wäre ja abgelenkt mit dir, aber der kann Multitasking Schein so Oh Cool Haha Jo Der war auch schnell tot Ja gut, weil ich ihn auch zu Beginn einmal bearbeitet habe Oh, fantastisch tot Stutscher Haha, du bist ein echter Held Ich bin ein Held Cool Wer hätte das gedacht? Ich glaube wir kommen tatsächlich raus Krass Ich habe genau 600 Punkte Springe auf Springe auf Springe auf Springe auf Will ich über den Zug rein? Wir haben es geschafft Na, ich glaube das reicht schon Oh man, ich kann die APG nicht weglegen Mhm Das wärs Wir haben es geschafft Oh man, oh man, oh man Toll, Leute, die Waldfee Toll, Leute, die Waldfee Okay Oh, oh Jo Ist dann nicht so, als würdest du es so rumspacken Oh man, die Übertragung geht raus Du spackst ganz schön rum Ja, du auch Dir ganz normal Ich glaube es ist die Kugel explodiert Nicht nett Nope Alles in Bomben, oder? Hilfe Hilfe Los Das war geiles Timing Wir konnten zum Schluss noch Spoils sehen Und das Spiel ist gleich wieder verpackt Das wär ja richtig lustig, wenn das Spiel ganz anders beginnt wie Episode 1 So Leute, das war Episode 1 Und jetzt gehen wir über in Episode 2. Machen wir einen Cut, ne? Mhm. Okay.